Hallo Leute, wir bauen heute den Keller aus. Dafür habe ich ein bisschen was schon vorbereitet. Die Kuhfarm wächst auch schön langsam und das Korn wird auch schon mehr. Jetzt bauen wir den Keller mal aus. Hierfür bauen wir uns einen neuen Schacht für die Treppe. Die wird es hier losgehen. Das sollte, könnte reichen. Treppen haben wir noch nicht. Die brauchen wir noch. Die Treppe, wie viel denn das genügt. Holz brauchen wir auch jede Menge. Wunderbar. Und jetzt brauchen wir die Treppe. Ein Verkehr drum. Jetzt besser. So, sehr schön. Und ich habe von außen provisorisch angefangen, den Raum auszuhöhlen. Jetzt die Höhe ist so in Ordnung. Lass uns mal schauen. Ja, so geht's. So ist das auch schön. Ja, wunderbar. Jetzt noch den Boden. Und wieso bauen wir jetzt den Keller? Wir brauchen einen Lagerraum. Der Keller ist unser neuer Lagerraum. So. Wir werden einlagern. Holz. Hier ist noch Holz. So ist es in Ordnung. Das genügt. Gut. Dann die Treppe. Und noch hier eins. Und, 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 und. Jawohl. Und der Keller ist fast fertig. Die Außentreppe machen wir zu. Das ist gut so. Und innen werden wir noch mit den Wänden ein bisschen warten müssen. Wir werden hier Steine. Schöne Steine reintun. Hier warten wir noch. Das ist gut so. Dann werden wir... Hier mal unsere Zuckerrohrfahren beginnen. Hier drüben ist Zuckerrohr. Das hier. Das holen wir uns. So. Weil wir werden es hier an unserem See deponieren. Beziehungsweise beim Höhleneingang. Das schaut das am besten aus, glaube ich. Und wir ziehen unsere Bahnen. Die erste Bahn beginnt... Hier. Eine Schaufel. Hier. Hier geht's los. Und los geht's. Und los geht's in den Berg. Das machen wir auf. Das machen wir auf. Damit wir nicht sehen. So. Wie hoch brauchen wir? Wir brauchen das Ganze drei Blöcke hoch. Und wie weit zurück bis das Wasser nicht mehr fließt. So. Das genügt. Dann buddeln wir noch alles frei. Und dann kommt die Erde. So. 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 Erde. 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 Einmal, zweimal, dreimal, dreimal, viermal. So. Sehr schön. Und hier hinten hier nochmal. Sehr schön. Und hier auch nochmal. So. Jetzt bauen wir immer am Wasser entlang. So. Und unsere Zuckerrohrfarm beginnt zu wachsen. Gut. Zuckerrohrfarm. Sehr schön. Hier. Das Feld wird jetzt auch noch voll gemacht. Hier. Wir können es hier schnell, 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 schnell. Nachts möchte ich das hier nicht mehr machen. Nachts muss man hier schlafen. So, so, so. Das war's auch schon. Gut. Gehen wir schlafen. Gute Nacht. Und wieder munter. Weiter geht's. So. Meine Kühe brauchen was zum Fressen. Gut. 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 Gut Licht brauchen wir auch noch, so wir bauen hier Bruchstein rein und hier auch nochmal, sehr schön, diese Wand bleibt frei, und diese Wand und die anderen werden unsere Lagerflächen, so, noch eins zurückgraben, und noch eins zurück, das schaut gut aus, das reicht, die hintere Wand, das werden jetzt Steine, Bruchstein, um genau zu sein, so, so und so und so und so, Bruchstein haben wir noch, geht noch, Bruchstein hier, die Herde von oben, geht nicht, was machen wir dann, ganz einfach, eine Zwischendecke, geht ja auch, geht ja, ja, schön, na Pferdchen, was ist los? Jetzt ist noch viel zu, und wir brauchen unten Licht unbedingt, und bleiben wir uns mal aus hier, so, jetzt mal schauen, so haben wir hier eins reingerückt, so geht das nicht, nicht, das geht nicht, geht so nicht, so und so, und Holz, so, und so, ja, das geht nicht, 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 das so und licht brauchen wir auch hier sehr schön ja hier können wir auch Treppen hin tun diesmal verkehrt was ich das nenne das ist ja noch nicht hier weg hier weg hier dazu ja das ist schön und hier werden wir noch fertig machen ja wunderbar und die Drohnen die wir brauchen sehr schön die bauen wir jetzt hier her 1 2 1 2 1 2 und und aus mehr geht nicht gut das nächste Mal schauen wir was wir machen ok tschüss hmm Vielen Dank.